ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge und der staffel 3 von night of the dead und ihr ahnt es vielleicht wenn ich im startbildschirm bin wir müssen neu beginnen aber dafür ist die version 1.2 jetzt raus keine beta beta mehr und ich gehe davon aus dass wir jetzt durch spielen können da ist noch drin das ist mal gut aber hier wenn wir alles löschen später und gehen jetzt ins neue spiel rein ich werde wieder mit schwer weitermachen also ich versuche über 1,7 zu bleiben mit bei einstellung und das wird hier der fall sein indem wir das so auswählen es ist egal weil ich alleine spiele genau so wärme starten spiel starten wird am anfang schwer sein kennen wir schon ich glaube wir werden schon hinkriegen ich finde es ganz cool dass er den charakter so behält dass man damit halt auch andere sachen testen kann und ja da schauen wir jetzt mal rein wie wir starten wahrscheinlich wirklich von grund auf aber ja hier ist unser steffen komplett nackig nicht aber hier null punkte alles null und ja so starten wir haben bis dann kann man immer noch der start die da eingestellt level 1 wie gesagt urteil hatte hier unten schon mal auf vier kräfte und ausweich rate ist das dementsprechend aber da gehen wir noch darauf ein wenn wir wissen was war tun ja hier geht es erst mal ein bisschen im tutorial los papier box daher einmal das messer ausstatten ich mache auch mal gleich hier das ausstatten nehmen wir auch direkt wird erstmal so aussehen wie in den drei staffel erfolgen die wir gemacht hatten erst mal überleben einen kleinen platz suchen da kommen wir nicht dran zerstöre ein busch oder erst an ihm was zu erhalten haben wir mal klein stein irgendwo liegen wenn auf jeden fall nicht am sporen punkte und bauen so viel schon mal gewiss wir haben einen stein schon mal holzfäller axt bauen die vier störe bauen die fünf störe felsbrocken ich würde wahrscheinlich zählen aber den welche dass wir hier haben da kommt er scheint mich zu hören doch nicht der erste störe felsbrocken also das haben wir noch nicht getan schweine schauen wo wir hinten hinkommen jeden fall zu einem großen see oder mehr das nächste materialverarbeitung sticht in richtung stadt sollten wir schon jetzt gucken sollten wir auch noch mitnehmen so die ersten sachen brauchen können für heute das heißen ich glaube ja ja man merkt dass wir noch kein skill haben stein wollte nur mitnehmen wird man auch hier mitnehmen dann können wir nicht auch die ersten und am ende auf werden steine mit haben hier kommt auf jeden fall ist die fabrik das ist schlecht wir müssen wir zurück irgendwo hoch kommen wir auch nicht hoch oder ja wir haben schöne ecke hier aber wir werden auch von hinten keine zombies kommen wir laufen elendig lang irgendwo hin das ist halt das problem dann das ist auch 15 uhr müssen auch noch holz mitnehmen auf jeden fall selbst die fabrik war zu weit weg von der stadt gut Nee. Boah, ich hoffe, da kommt nicht wieder her. Puh. Wir können direkt schon mal hier was essen. War ein Zeichen, dass wir da falsch waren, ne? Okay. Level up, okay? Direkt mal in Ausdauer. Oder in. Ach, ich bin nicht weit genug weggelaufen scheinbar. Oh nein! Boah. Und wie lange an mir dran bleibt. Oh nein! Oh nein! Oh nein. Ah. Mein Gott, das war's. Da ist der Bär weg, ne, hoffe ich. Sieht so aus, okay. Ist ja noch ein kleiner, schöner Vorsprung hier, glaube ich. Oh, ne, ne, ne. Oh, das war's. ... Okay. Ah, der kommt uns langsam hinterher irgendwie, ne? Ah, der kommt uns langsam hinterher. Ah, der kommt uns langsam hinterher. Oh mein Gott. Ich wollte doch gar nicht so viel kämpfen hier. Das schlimme ist, Snickers sind schon alle jetzt. Ah, irgendwas bekommen, was ist das jetzt hier? Eisenarmband. Aber es ist direkt angelegt, okay. Ah, ist wieder irgendwie zurück. Der Hoffnung, dass der Bär weg ist. Ah. Ah, hier oben wollte ich hin. Genau. Boah, höre ich so nach Bär. Ja. 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 Ja, um ein bisschen Zeit zu sparen. Ist schon weg, okay. Würde ich direkt die Fundamente hinsetzen. Okay. Okay. Das heißt, wir würden hier, das wäre schon fast der höchste Punkt. Gut. Ah. Ah. Oh, hier vorne so hindurch sein. Überlegen, ob das irgendwie mit nutzen können, aber da drüben sind schon zu viele wieder. wir nehmen es hier so mal gucken schon so die höhe die frage wie hoch wir hinten sind das wäre so dass sonst müssten wänden wände hinsetzen fangen wir so an es wird uns dann echt okay holz habe ich nicht so viel geschlagen also schon gucken dass er vielleicht sogar zwei von den von den kreisen schon setzen können zwar sich aktuell nicht was war ja ja Ja! Wir kommen hier hoch und die frage ob die auch hoch kommen So noch passen wenn wir uns hätten wir sollen den materialverarbeitungstisch bauen ist der holz für der busch reichen werkbank aber glaube ich die mit gemeint ein davon ein davon ok herstellen herstellen werkbank aber forschungstisch dann haben wir hier 22 das weg ja mal ein bisschen holz ist schon mal gut 18 uhr noch sechs stunden gengäu welche bäume der gerade hat zwei gebraucht zwei baum stemmen 3 ok ja 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 so jetzt können wir den gleich braun aber zwar davon stehen vier näge dann was erforschen überlegen kostarbeit können wir schon oder wir nehmen plotter mehr tragen juniorschmidt juni baumeister hat genau ein punkt und man nämlich das gute ist jetzt können wir ja sparen wir jetzt zumindest ein bisschen beim bau ja so wie hier bei schlafsack okay das brauchen wir auch gleich aber ich möchte jetzt erst mal hier weiter werden kommen das haben wir hier drei mehr so machen haben wir hier die ok und jetzt treppen bauen würde gehen treffer davon noch eine wirklich da hoch gehen oben noch eine hinsetzen eine treppe so einfach damit die zu uns kommen schlafsack ist hier nachher dann setzt sich nicht wieder davor so geht es und setzen und setzen und gesetzt die flagge und und ausrüstungs fertigungs tisch und da da naja muss der sein so aber ich jetzt okay Stell Bogen her, das ist gut. Können wir schon mal hier ein paar Pfeile herstellen. Okay, das haben wir schon mal. Pendel, das ist der Pendel, Pendel da, ne, Pendel da, ähm, brauchen wir 5 Nägel, 4, 4, 5 Nägel. Ah, ist der jetzt neu, ne, ich glaube hier oben waren wir einfach noch nicht. Das sind schon bei 31 Minuten. Ja, wir machen jetzt noch ein bisschen so bis der Grundstock steht, ne. Im besten Fall hätte ich halt gerne 2, 2, ähm, Schneider schon, ne. Haben wir Äpfel oder sowas? Okay. Tja, mal ein bisschen. Ähm, 4 von den links brauchen wir noch. Zumindest schon mal ein Pendel. Ja, steht hier richtig, so. Ich muss raus aus dem Pendel, so. Dann haben wir Schneidewerkzeug, ja. 2 Nägel, 5 Seile, 2, 2. 2 und 3. 2. Ja, das kann auch 3 sein und das 2, aber. Ähm, bauen. So. 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 3 Stück haben wir auch bekommen. Aber es liegt generell an. Wir haben auf jeden Fall Pfeile, wenn doch der Bär wieder kommt, dass wir auf dieses Werbung-Ding da klettern können. So, das heißt wir könnten eigentlich hier hinten, ob das geht. Ich vermute, dass wir da drauf können. Okay, dann könnten wir da notfalls eine Treppe. So, der dreht schon gesetzt. Ähm, okay. Äh, B. Ich muss halt noch eine Treppe setzen, wenn er es will. Ich weiß nicht, ob wir hier vielleicht hin können. Sieht nicht so aus. Hier drauf vielleicht. Wirklich, wie ich hier drauf wollen, weiß ich nicht. Guck mal, so könnten wir es auch machen. Könnten wir auf jeden Fall drauf, zumindest. Das heißt, warum auch immer. Ähm, zusammen haben wir noch herstellen. Okay, nicht, ne, doch nicht hier. Haben wir. Herstellen. Okay. Finde Fundament an. Hm, nee. Ähm. Treppe. Okay, zerstöre Treppe. Hilfe des Hammers. Okay, dann nehmen wir die Opa. Okay. Aktualisiere Fundament. Da brauchten wir, glaube ich, irgendwas für. Neue. Genau, davon vier und eins. Und dazu brauchten wir hier. Aber das Upgrade. Vier Bretter. Einlage. Okay. Den sollten wir noch haben. Nagel herstellen. Einen Nagel. Eins und zwei. Okay, dann können wir die Treppe nicht auch noch upgraden. Bevor sie die abschlagen. Arm, zwei und eins. Stellt er jetzt eigentlich 15 Nägel her, wenn ich einen mache? Nö, ist ein Nagel. Okay. Dann machen wir jetzt auch schon mal. Küchentisch. B. Mal herstellen. Okay. Nee, machen wir hier unten. Auch das Ei herstellen können wir schon. Sehr gut. Okay. Kleine Tierfalle. Oh, können wir herstellen. Zwei oder drei Stück sogar schon. Wieder hoffen, dass was reingeht. Und ein bisschen Fleisch bekommen. Fallmaschine herstellen. Dazu brauchen wir... Ah, okay. Dazu brauchen wir Forschung. Und die haben wir nicht. Doch, wir haben Forschungsmaterial. 25. Gucken hier oben. 5. Und... Ah, okay. Können wir doch herstellen. Fallmaschine. Herstellen. Herstellen. Können wir noch eine Maschine bauen, ne? Sehr nice, wenn... Hier. Zwei und drei. Ah, okay. Das ist nice. So, wenn wir das hinkriegen. So. Wir machen mal in Pause. Und damit verabschiede ich mich für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich lade es jetzt noch schnell hoch, damit ihr es heute seht. Und, ja. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Bei der Version 1.2. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.